Hallo, ich bin die Petra und ich möchte euch heute von meinen drei Anwendungen von Instant Change berichten und ich kann nur sagen, das ist ein wunderbares Instrument, um Dinge positiv verändern zu können. Ich habe bei jeder Anwendung wirklich sehr viel wahrgenommen. Bei der ersten Anwendung hatte ich einen richtig dicken, großen Kloß im Hals, den ich richtig deutlich gespürt habe. Und der dann im Laufe der Sitzung bzw. direkt, wie ich das dann gesagt habe, dann sich aufgelöst hat und ich habe es wirklich ganz, ganz deutlich gespürt, wie dieser Kloß auf einmal völlig weg war. Und die Energie und alles Gute dann in den Körper reingeflossen ist und es hat sich einfach wunderbar angefühlt. Und ich kann das nur jedem, der etwas verändern möchte, ans Herz legen. Es lohnt sich auf jeden Fall.